Bist du recht. Jetzt hab ich immer noch keine Bolzen, verdammt. Wo soll ich die Wildschweine killen? Ach Gott, ich hab jetzt nicht aufgepasst, egal. Gehen wir erst mit dem Schlachtfeld. Falsche Richtung. Und wie konntest du dann Pokémon Silber aufnehmen? Äh, mit Camtasia. Camtasia? Aber das ist mir zu anstrengend, mit Camtasia aufzunehmen. Wie ist es mir zu anstrengend? Weil es mir zu anstrengend ist, weil das... Kommst du richtig ins Schwitzen? Nee, das Problem ist, ähm, da musst du ein Fenster auswählen, was du aufnehmen willst. Und, äh, dann musst du das alles irgendwie separat machen. Das ist einfach, ah, das ist alles, äh. Preps ist Tastendrücken fertig. Stimmt, wir wollen dich ja nicht überfordern. Ah, nee, äh. Äh, kurz nochmal Dialog. Mit einem Belia-Typen. Warum auch immer. Hey du, hör mal zu, hör mal zu. Was gibt's? Ich brauche meine Pilze. Äh, meine Experimente. Pilze? Experimente? Was redest du da? Ich werde es dir erklären, wenn ich die Pilze habe. Geheimnisse der Alchemie werde ich dir verraten. Dich einweihen. Also sprich, um was für Pilze geht es? Totenmörcheln. Sehr seltene Pilze. Sie brauchen Blut, frisches Blut, um zu wachsen, zu gedeihen. Doch halt. War da nicht die Schlacht im Nordosten? Ja, die Schlacht. Dort wirst du Morcheln finden. Denn der Boden von Blut durchtränkt, den Morcheln frisches Leben schenkt. Wenn du weißt, wo sie sind, hol sie doch selbst. Goblins. Überall Goblins. Das niedrige Tier will mich nicht lassen. Wenn ich irgendwo über deine Leichenpilze stolpere, bringe ich dir welche mit. Nicht Leichenpilze. Totenmörcheln. Totenmörcheln. Schlechte Synchro. Aber der braucht die Pilze ganz sicher nicht nur zum Alchemisten machen. Der raucht die. Und zwar nicht zu knapp. So. Wollen wir mal stehen geblieben, Marlon? Was wir zocken wollen. Richtig. Und welche Konsole und was auch immer. Also am liebsten ist mir SNES, glaube ich. Mir nicht. Dir nicht. Ja, wird ein Schlag was anderes vor. Ja, am besten wäre über einen Emulator. Dann müssten wir dich aber fordern. Das Risiko können wir nicht eingehen. SNES, da ist auch ein Emulator. Und das Problem ist, es geht ja um den Koop-Modus. Und der Koop-Modus, den du dir gerade durchgelesen hast, der ist Just for Super Nintendo. Ja, ja, ja. Und da ist mir jetzt im Moment relativ egal. Wir könnten es ja auch einfach so machen wie bei den Let's Ways. Nur was? Moment mal, was ist das da? Achso, Streitachs, gut zu wissen. Ähm, ja, nur was? Da müssen wir uns als erstes, würde ich sagen, auf ein Spiel einigen. Ah, ja. Not, ähm. Dragonica. Äh, nein. So, ja. Oh, das gibt sich ein tolles, kostenloses Spiel bei Steam. Moment mal. Dialoge. Hast du eine Standarte gesehen? Das silberne Wappenbeere von Sitarif auf königsblauem Grund. Lass mich raten. Du bist Doran. Giltor macht sich Sorgen um dich. Giltor? Will er, dass du mich zurück zur Burg bringst? Genau. Das kannst du vergessen. Ohne die Standarte meines Herrn kehre ich nicht zurück. Niemals. Komm schon. Giltor hat zur Zeit ganz andere Sorgen. Er wird dir wegen der Standarte keinen Ärger machen. Ich... Ich fürchte mich nicht vor Ärger. Was ist denn das Problem? Wenn ich ohne Standarte zurückginge, ich... Ich wäre entehrt. Für immer. Na schön. Weißt du was? Ich helfe dir. Wo hast du schon überall nach der Standarte gesucht? Ich habe das Schlachtfeld zweimal durchkämmt. Sie muss hier irgendwo sein. Begraben unter Tod und Asche. Vielleicht hat sich jemand entwendet? Wer sollte das gewesen sein? Die Goblins. Die Goblins? Ja, die Goblins. Sie haben die Leichen gefläddert und die Verwundeten getötet. Erst mit den Dienern des Kastellans an unserer Seite konnten wir sie vertreiben. Such du hier weiter. Ich schaue mich bei den Goblins um. Wo finde ich die Biester? Sie haben ihre Höhlen im Osten von hier. Sei aber vorsichtig. Ihre Zähne sind ziemlich spitz. Grüß dich, Fremder. Das hat jetzt... Achso, hier sind die Pilze bei den Leichen. Oh, interessant. Aber die brauchen auch noch einen Auftrag für uns. Was treibt dich zu diesem Ort des Todes und der Trauer, Fremder? Tod und Trauer sind meine ständigen Begleiter. Was machst du hier? Ich bin Kraglan, der Großmeister der Waldläufergilde. Ich suche nach Überlebenden der Schlacht. Sieht nicht gut aus. Meine Leute haben einen hohen Preis bezahlt für ihren Eifer. Wenn ich doch nur meinen Neffen finden könnte. Seinen Neffen? Sein Name ist Kilian. Er ist seit der Schlacht verschollen. Ich kann dir bei der Suche nach deinem Neffen helfen. Kannst du eine grobe Ahnung, wo er stecken könnte? Er muss irgendwo auf dem Schlachtfeld sein. Neues Gebiet halt. Vielleicht ist er nach der Schlacht weggegangen. Bei uns Waldläufern im Lager war er nicht. Der einzige andere Ort weit und breit, den er kennt, ist das Holzfällerlager. Gut. Such du hier weiter, ich schaue bei den Holzfällern nach. So. Grüß dich, Fremder. Da haben wir noch einen B-Leard. Ne, Totenschelle. Okay. Schwerer Bolzen. Gut. Du kannst übrigens weiterreden, also der Dialog ist vorbei. Ja, ich suche noch. Ich bin gerade hier auf dem Schlachtfeld angekommen. Sieht interessant aus. Wie warst du eigentlich darauf gekommen, dass wir Edge of Empire zocken könnten? Keine Ahnung, gibt's auch in Co-Modos. Ich hab mal über, äh, auch schon darüber gezockt. Gibt's das kostenlos? Was ist Edge of Empire 2? Ja. Nö, ich glaub nicht. Also ich hab's auf jeden Fall original hier. Also ich hatte mir nämlich nicht vor, für ein Let's Play Together extra ein Spiel zu kaufen. Ich dachte, du hättest es. Du meinst doch, du hast es total angezockt. Hab ich gesagt, auf die legale Weise. Gut, dass es schwer hier jeder mitbekommt. Das, liebe Leute. Sie hatten mir einen einzigen, der sowas noch nicht gemacht hat. Einen einzigen. Oh je. Maler und Maler. Ich wette sogar, deine Mutter hat sich schon irgendwo illegal etwas runtergeladen. Meine Mutter kriegt noch nicht mal allein PC an, also nein. Okay. Außer deine Mutter. Das ist, äh, ich fände es lustig, wenn ich die Schwerter aus den Typen ziehen könnte, weil die würde ich auch gerne haben. Wobei, wenn man es so sieht, das war gar nicht illegal. Ich hab's von meinem Bruder installiert und hab's dann einfach gequankt. Das ist nicht illegal, oder? Da bin ich mir jetzt gar nicht... Hör lieber aufzureden. Hör einfach aufzureden. Genau, alle, alle lieben Leute, die gerade zuhören, ein Kraken ist etwas Böses. Und der liebe Marlon hat das auch nicht ernst gemeint. Doch, eigentlich schon. Ach Gott, ey. Nein, ich erzähl' natürlich den ganzen Tag nur Scheiße. Ich bin nur ein braver Mensch. Du bist nur ein braver Mensch. Ist da ein Aion-Noob. Schnauze. Was haben wir denn da? Krieger, das Leichen verhörsen und starb... Was ist das? Ein Schamane. Na, wie süß bist du denn? Okay, mit dem Ding mach ich sehr viel mehr Schaden. Fuck. Wow. 208 Headshot. Wow. Okay, mit dem Ding mach ich sehr viel mehr Schaden. Aber ich kann auch nicht so... Nicht so elegant ausweichen. Also es ist... Hat seine... Vor- und Nachteile. Oh, fuck. Ich hatte eigentlich gerade nicht mit so vielen gerechnet. Aber das Ding macht doch gut Schaden. Die Arm brauchst du, da muss ich dir zuge... äh, zustimmen. Oh, also ich hab' da neben uns schossen. Was hältst du von Let's Play Track Mania? Yeah. Bin ich dabei. Bin ich sowas von dabei? Doch. Ich zieh' dich ab. Ich kann das Spiel nicht. Ich glaub, ich hab' noch keine Rettung. Werden ohne Unfall geschaut. Ja, ich auch nicht. Alle Track Mania ist geil. Könnte man ja machen, wer zuerst alle Levels beigeschaltet hat. Ja! Klar, bist du wahnsinnig. Weißt du, wie lange das dauert? Boah, eigentlich alle Goblins tot, ey. Ja, aber alle, die gerade mir am Arsch hängen. Ich muss mir eine Hanfbandage einsetzen. Ja, übrigens, mir fällt gerade auf, ich hab' eben mal wieder die Rune nicht aktiviert. Die Rune der Winde da. Also, damit ich, äh, schneller bin. Hätte ich mir den Weg eben ersparen können. So. Was hab' ich denn jetzt aufgehoben? Yuki Kudu. Yu Yu Yukuru. Aha, interessant. Ich hab' Yu Yu Yukuru aufgehoben. Wollte ja auch gerade sagen. Yu Yu Yukuru. Mhm. Aber hier. Wow. Meine neue Waffe. Ja. Sehr schön. Ey. Das war mir bald, dass ich mich dann...